Naja, auf dieser Hindernisstrecke werden wir unsere neue Limousine durch jede nur erdenkliche Gefahrensituation bringen. Bitte lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich überraschen. Los! Der Gänzer, der Fenty und der Lohbrecht, der Boy, der Otschereck und der Kraffka, der Eilinger, der Rot und der Brecht, der Herrndorf, der Regener und der Obama, der Keif, der Cohen und der Bargeld, der Kracht, der Fassbinder und der Kinski, Brüderleit, der Hirsch und der Prel, der Weiss, der Gasbuer und der Scharin, der Giebel, der Flie und der Nische, der Tansen, der Biafra und der Wannegut, Der Salinen, der Gogol und der Ditsche, der Bixel, der Levit und der Kulz. Da sind alles geile Sürcher, ganz im Gegensatz zu dir. Da sind alles geile Sürcher, ganz im Gegensatz zu dir. Und wo sind die Weiber, hä? Sind da kein Sincho, gell? Gibt demli auch kein. Okay. Das Töffler-Chef, die Björk und die Stockowski, die Biaf, die Arendt und die Sargnagel, die Bovoa, die Trouble und die Trimani, die Laskoschüre, die Parks und die Lady Gaga, die Schneider, die Kinn und die Passmann, die Merkel, die Joplin und die Kyrie, die Marcel, die Ninn und die Bachmann, Fassi, die Säckin und Matahari. Da hab ich die Schandach, die Knie und die Zapfurt, die Klotz, die Anifried und die Gnetha, die Kette, die Sachs und die Scholl, die Marlene, die Andrea und Greta. Pitsche haben Frank und Berg, Dittrich, Carlo und Dusen, die Pettersmith und die Luxemburg, die Lindgren und deine Mutter. Da sind alles geil, die Säcke, ganz im Gegensatz zu dir. Da sind alles geil, die Säcke, ganz im Gegensatz zu dir. Da sind alles geil, die Säcke, ganz im Gegensatz zu dir. Da sind alles geil, die Säcke, und alle anderen mögen, damit. Okay, aber ich pack hier ja rein, sie immer noch eine Gte wie Hiba. Jetzt hab ich ja gerade einen Hirnstau gehabt.